trs oder trs tandy radio shack ein name der in europa kaum bekannt sein dürfte ein name aber den man nicht vergessen darf war doch der trs 80 der dritte im bunde als es um die ersten kommerziell erfolgreichen home computer komplett systeme ging so stand der trs 80 damals im wettbewerb zu commodores pet 2001 und dem apple 2 und vor allem in den usa schlug er sich nicht schlecht dies lag mitunter an dem geschäftsmodell denn radio shack war bis zur insolvenz im jahr 2015 eine vertriebskette für elektronikprodukte die verkaufsregale mussten also nicht erst erobert werden nein für den trs 80 standen sie bereits bereit die 80 verweist beim ersten home computer dieser marke auf die verwendete seilog z80 cpu welche den trs 80 von seinen mitbewerbern differenziert diese fahren mit dem 6502 aggregat von mos technologies es entstand eine bunte reihe unterschiedliche acht bit modelle allesamt mit dem großen namen trs 80 dass diese aber nicht mehr zwingend etwas mit dem z80 zu tun haben zeigt diese maschine die wir uns in dieser folge anschauen viel spaß mit dem tandy modell 102 ich muss ja zugeben das ding hier war ein verlegenheitskauf ich wollte eben unbedingt einen tandy im regal haben und als die gelegenheit günstig war habe ich eben zugegriffen das modell 102 was wir hier haben hat mit dem urtherr es 80 eigentlich überhaupt nichts mehr gemeinsam außer dass das betriebssystem basic ist eigentlich ist nicht mal der name tandy so richtig zielführend denn hier steckt ein kiosera kiotronik 85 drin tandy olivetti und neck bzw nec wie auch immer man das richtig ausspricht waren offenbar so begeistert von diesem tragbaren kiosera rechner dass sie ihn nachbauten und das modell 102 ist der beinahe identische nachfolger des modell 100 aus 1983 lediglich aufgrund platzsparende smd technik und höhere integrationsdichte ist es etwas schmale und leichter als sein vorgänger bevor wir zum verwendungszweck kommen erst mal die technischen eckdaten angetrieben wird der tendy 100 und 102 von einem intel 80 85 er man sich diese bezeichnung zum ersten mal las war ich etwas verwirrt okay beim 80 88 steht die letzte acht für acht bit beim 80 86 für 16 bit aber die fünf nun die steht ganz simpel für die betriebsspannung des prozessors nämlich plus fünf volt das ist gar nicht mal so billig wie es sich anhört denn seine vorgänger brauchten stets plus und minus fünf volt zum betrieb takten du das gute acht bit teilchen mit satten 2 megahertz der arbeitsspeicher der gleichzeitig als massenspeicher fungiert ist beim modell 102 32 kilobyte groß solange betriebsspannung vorhanden ist also die batterien und vor allem der interne stützakku saft haben behält der arbeitsspeicher seinen inhalt denn andere interne massenspeicher hat der tendy nicht keine diskette keine kassette und schon gar keine festplatte das verhält sich ganz ähnlich zum bereits vorgestellten atari portfolio das kontrastreiche lc display kann 40 zeichen pro zeile darstellen und auf den bildschirm selbst passen acht zeilen im pixel ausgedrückt wären das 240 x 64 farbdarstellung ist selbstredend nicht alles einfarbig und alles ohne licht man muss also auf ausreichend externe beleuchtung achten die tastatur ist mit einem wort gut da hat es gerade bei den tragbaren geräten dieser tage ganz fürchterliche entgleisungen gegeben aber tendy hat hier definitiv alles richtig gemacht lediglich die bedienung der cursor tasten ist etwas gewöhnungsbedürftig 300 x 215 x 45 mm bei etwa 1,4 kg das sind die maße des tendy 102 mit batterien wohlgemerkt der braucht die maschine vier stück ganz normale 1,5 volt a a batterien die halten dann aber auch ewig die wikipedia spricht von 20 stunden dauerbetrieb und ich habe es nie wirklich ausgereizt das betriebssystem ist wie gesagt basic von microsoft genauer gesagt in 82 basic 80 von oben sehen wir die bereits angesprochene tastatur sowie das display und die funktionstasten die tastenbelegung entspricht nicht ganz heutigem standard aber das trifft ja auf beinahe alle computer diese generation zu hier oben finden wir eine kleine rote led die uns warnen will wenn die batterien den geist aufgeben das sollte man auch ernst nehmen denn wenn die batterien wirklich komplett hinüber sind geht es an die kapazität des internen nickel cadmium akkus und wenn der dann platt ist dann verabschieden sich auch all unsere daten aus dem ram und wir dürfen wieder von vorne anfangen in diesem zusammenhang ziehe ich mal die parallele zum bereits thematisierten atari portfolio auch der tendy versteht sich nicht als stand alone gerät sondern als verlängerte werkbank vor allem die schreibende zunft etwa journalisten oder schriftsteller nutzen den tendy recht gerne draußen auf weiter flur an der rechten seite gibt es den power schalter der den tendy unmittelbar zum leben erweckt wie von dieser bauart gewohnt praktisch ohne bootzeit daneben liegt ein stellrad für den kontrast des displays und hier ist der anschluss für die externe spannungsversorgung die man alternativ zu batterien benutzen kann sechs volt müssen hier dann rein hinten haben wir einen seriellen port daneben einen reset taster den ich schon ein paar mal gebraucht habe denn zumindest meinten die hier neigt dazu sich aufzuhängen hier kommt der system bus für externe erweiterungen und hier ein printer anschluss der leider nicht in der gewohnten 25 poligen desubform auftritt vielleicht ist das absicht denn tendy radio check hatte seine eigenen parallel printer mit eben diesem anschluss centronics kompatibel sind sie nur das pinning passt eben nicht und möglicherweise setzten sehr darauf dass man eben nur ihre produkte nutzen sollte daneben ebenfalls in ungewohnter form ein anschluss für eine telefon verbindung denn wir haben hier im tendy ein internes modem darauf kommen wir dann später noch mal zurück entsprechende kabel hierfür gab es als zubehör ich habe sie leider nicht da als externes speichermedium kann der tendy über diese buchse hier einen externen kassettenrekorder ansprechen freilich empfiehlt das handbuch auch hier einen radio check rekorder aber jeder andere tut es auch auf der linken seite hinter dieser abdeckung hier versteckt sich der bcp der barcode reader port ein kuriosum wie ich finde und auf jeden fall ein alleinstellungsmerkmal ja hier kann man einen barcode leser anschließen die schalterstellung von dir acp entscheidet darüber ob das interne modem direkt mit dem telefonnetz verbunden wird oder nicht ans oder oric steht für answering oder originating also ob die datenanrufe ausgehend geführt oder angenommen werden einen automatismus hierfür gibt es nicht bei meinem tendy 102 hatte der vorgänger sich offenbar auf einen modus festgelegt mit klebstoff der tendy ist also in der lage online zu gehen zumindest so wie das in den 80ern geben üblich war auf der unterseite finden wir den schacht für die vier batterien und hier ganz wichtig der memory schalter für den internen nickel cadmium akku mein vorbesitzer hat diesen schalter ebenfalls vorsorglich festgeklebt denn wenn man diesen schalter in die andere stellung bringt bleiben die daten im rahm nicht länger erhalten und sind futsch das ist quasi so eine art format c befehl als hardware switch unter dieser klappe hier befindet sich ein slot für optionale rom module es gab damals nicht sonderlich viele davon ein populäres beispiel ist die tabellen kalkulation multiplan ebenfalls von microsoft somit hat man also ein zusätzliches programm immer mit dabei kommen wir zum basic in so absoluter form hatte ich damit tatsächlich noch nie meinen spaß sicher als programmiersprache ja da ist es mir bekannt aber tatsächlich als betriebssystem das war bislang nicht meine welt aber wenn man sich darauf einlässt macht es sich doch recht simpel zum beispiel das einstellen von datum tag und uhrzeit wir wählen also mal mit den cursor tasten basic aus und gehen mit enter rein wenn wir nun ein einfaches list eingeben kommt freilich gar nichts denn bislang haben wir kein programm eingegeben aber das heißt nicht dass alle variablen leer sind mit print date dollar print time dollar und print date dollar können wir uns diese system variablen für datum zeit und tag anzeigen lassen und ebenso simpel können wir diese parameter anpassen allerdings muss man wissen dass wir hier ein jahr 2000 problem haben wie bei vielen alten computern sind die ersten beiden stellen der jahreszahl auf 19 festgesetzt mit f8 kommt man aus jeder anwendung wieder raus ins menü oder auch durch eingabe in basic von menu ansonsten verhält sich das basic so wie man es erwarten würde mir jetzt mal ein paar kleine spielereien von mir die hauptsächlich die verarbeitungsgeschwindigkeit demonstrieren sollen und ihr seht schon eine rennmaschine ist der tendy 102 sicherlich nicht aber man kann es akzeptieren immerhin das ding hat einen internen speaker den man wunderbar quälen kann uns stehen die funktionstasten zur verfügung diese können wir uns jederzeit mit tastendruck auf label anzeigen lassen oder ausblenden um mehr platz auf dem display zu haben das war es auch jetzt schon wieder für basic jedoch ist es ja wie gesagt dass os des tendy 102 deswegen haben wir auch in jeder lebenslage die möglichkeit mit der aus basic bestens bekannten tastenkombination shift und break einen laufenden prozess zu unterbrechen naja und wenn dann überhaupt nichts mehr geht gibt es immer noch die rückseitige reset taste zu den eingebauten programm und der text verbirgt sich oh wunder eine rudimentäre text editor von einem textverarbeitungs programm möchte ich hier nicht sprechen denn wirklich verarbeiten kann man damit eigentlich nichts es ist mehr ein elektronischer notizblock auch hier können wir uns über tastendruck auf label die belegung der funktionstasten anzeigen lassen dokumente die mit text erstellt werden erhalten beim speichern automatisch die dateiendung dot do wie document basic programme hingegen enden mit dot ba wie basic schedule dies ist ein einfacher kalender ein wirklich sehr einfacher kalender oder besser gesagt es ist lediglich die kalender funktion mit der man kalendereinträge filtern und anzeigen lassen kann neue kalendereinträge kann man nämlich nicht hier erstellen sondern muss dafür die datei note punkt do mit dem text programm editieren hier kann man völlig unformatiert termininformationen reinschreiben es gibt keinerlei konventionen was datums oder zeit format anbelangt noch was zusätzliche kriterien angeht das muss man sich alles selbst überlegen ein datensatz geht immer bis zum ende von return immerhin das sollte man sich merken im beispiel habe ich ein paar termine angelegt dies ist der inhalt der note punkt do datei jetzt gehe ich in schedule mit der funktion find suchen wir jetzt nach diversen kriterien und es werden uns die zeilen angezeigt welche diese kriterien enthalten wie gesagt das ist wirklich ein mega simples programm address beinahe baugleich mit schedule auch hier muss man zunächst eine datei anlegen in dem alle adressinformationen stehen diese datei muss adrs punkt do heißen unterschied telefonnummern setzen wir diese in doppelpunkte davor und danach so kann das programm telecom diese nummern aus dem datensatz herausfiltern und verwenden und so kommen wir schon zu telecom damit das ganze tatsächlich funktionieren könnte müsste man natürlich die komplette telefonverkabelung aufbauen welche ich leider nicht habe daher eben nur theorie auch in telecom können wir adressbucheinträge finden so suchen wir nun nach einem namen und da wir dessen telefonnummer korrekt mit doppelpunkten gekennzeichnet haben erscheint diese nun im display nun bauen wir per call die verbindung auf also in unserem beispiel hier lassen wir eben mal den internen impuls wähler rattern das ist doch ganz witzig unbestätigten quellen zur folge kam ein turn die 100 wegen eben diese wahlfähigkeit damals beim berüchtigten btx hack des chaos computer clubs zum einsatz heutzutage muss man aber erstmal einen anschluss finden der das impuls wahlverfahren überhaupt noch akzeptiert umstellen auf mehr frequenzwahlverfahren kann man am tendy nämlich leider nicht das hier ist ein foto aus der wikipedia und ich selbst habe meinen 102 noch nie aufgeschraubt aber beim betrachten dieses fotos sticht mir vor allem eins ins auge die akkutonne wir kennen dieses teufelchen ja nur allzu gut aus anderen computern allen voran den amigas vielleicht liegt hierin begründet warum sich mein 102 so gerne aufhängt ich traue mich ehrlich gesagt gar nicht so recht nachzuschauen aber es wird wohl unumgänglich sein wenn ich noch länger mit diesem teilchen hier spaß haben will tja und das war's auch schon wieder mit dem tendy 102 gewiss es gibt andere geräte dieser bauart und diese altersklasse die mehr drauf haben etwa integrierte kassettenlaufwerk als massenspeicher oder eingebaute drucker naja solch spielzeug habe ich aber nicht und ganz ehrlich noch mehr verlegenheitskäufe tue ich mir nicht an in der atari portfolio folge hatte ich bereits erwähnt dass ich den atari gerne nutze als kleines elektronisches notizbuch für unterwegs und das ist eben bei mir das ausschlaggebende argument warum der portfolio mit auf reisen geht und der tendy eben im regal bleibt der ist nämlich ein ganzes stück größer subjektive überfindlichkeit klar ein anderer mag die tolle tastatur des tendy höher bewerten und eben diesen vorziehen und wieder ein anderer mag sagen dass das doch alles ein gelump ist und man es nicht ernsthaft als computer bezeichnen kann wisst ihr was die haben alle recht und ich ich habe meine ruhe tendy 102 ein weiteres beispiel tragbarer computer die mit einer batterieladung ewig durchhalten konnten am ende aber von der geschichte der technischen weiterentwicklung überholt worden sind ich hoffe euch hat die folge gefallen freue mich schon auf das nächste mal und sage adele ciao und bye bye oh ja mick weis 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 Vielen Dank.